alter was gebe ich mir hier jedes mal aufs neue können die haare auswählen okay cool heftig noch nicht schön blau wir sind schon ein bisschen so ein alien das war so ist auch geil richtig groß ach du scheiße was mache ich hier muss so traurig sein lieber schmal aber wir können im bart geben so einen richtigen goblin bart der muss aber fast orange sein halt wirklich der muss auch richtig schön lang sein wunderschöner charakter oder nicht die haare bewegen sogar mit wieso muss man geburtstag wählen es gibt vier monate in diesem spiel wir lassen uns mal überraschen was das jetzt hier alles in ganz genau wird auch das wird jetzt wieder etwas mit mega viel text man so wir rennen mal jetzt hier im hier hinterher erst mal kommen wir auf dem übelsten ballermann schiff an danach kommen wir hier rein unser charakter fest sich durch den bad durch alter wie geht das denn und einfach also ist geil okay wir haben gar nicht gut geschlafen weil der wind hier so durch die durch die ritzen pfeifen ja dieses loch schließen bei holz benötigt wir müssen holz sammeln wo komme ich denn hier aus dass man die tür wenn man hier sind beste aber holz wir haben jetzt holz okay hier liegt auch noch holz ich sammeln mal ein bisschen holz also ich habe kacke gefunden die tiercodes oh mein gott die llamas da ist eins wach da ist ein bus was kann ich denn mit ihr machen außer hauen so geht jetzt erstmal in unser haus und reparieren das ne alter heftig steht ja das ist das loch hier ich glaube nicht dass wir das schon reparieren können den holz naja wir gehen jetzt erstmal wie ich habe gerade gesehen dass wir tatsächlich eine quest haben wir müssen wieder presley treffen wer es allerdings nicht würde ist hallo emily na ja der typ hinten sieht auch aus als wäre also die handwerk prüfung mission gestartet jetzt müssen wir doch mal machen eine achs stein und holz brauchen wir noch einfache achsen einfache spitzhacke okay ja wir müssen erstmal noch ein bisschen holz und stein sammeln also drüben sind fette kappen junge was geht ihr bei denen ab also einfach sieht so legendär aus das spiel wie sehen die denn aus in was für der welt bin ich hier gelandet herr marienkäfer okay jetzt machen wir uns einmal eine axt und jetzt haben wir ein stein zu wenig ach komm digga alter level ab heftig digga okay jetzt bringen wir die zudem i guess so wo bist du hier okay jetzt müssen wir uns in oben bauen oder wie da können wir da geil steinofenpizza bauen kochen okay wir brauchen zehnmal holz scheiße wir haben nur eine planke zehn stein das ist ja so ein grind game das ist ja scheiße aber wir können doch bestimmt genau auch dieses baum fällen alter bumm zack junge alt hat das viel holz gegeben das guck mal vielleicht kann ich diesen stein hier auch schon zerkloppen ja tatsächlich geil bumm alter so dann können wir jetzt nämlich glaube ich alles machen was wir brauchen einmal einen steinhocker fertigen bestätigen ich pack mal die 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 packen wir mal weg so den steinhocker nach so waren junge so alter hässlich aber wir können jetzt hier platzieren irgendwo schön da geht jetzt mal zurück und holen uns eine neue quest ein bürgermeister registrieren müssen wir uns jetzt leider doch so gut wie stolz unser kleiner grüner keine ahnung was ist unser kleiner grüner unfall auch jetzt hat er schon alles wenn er öffnungszeiten hätte man der muss für seine bürger ständig zur verfügung stehen aber vielleicht können wir jetzt dieses loch flicken oh scheiße das aber geht jetzt haben wir nur noch eine fette lücke ja das wird schon so wir machen wieder auf neuer tag neues glück ich muss es reparieren sonst mache ich nachts kein auge zu chill doch mal wir haben nur noch ein loch das bekommen wir auch noch alle lücken wurde geschlossen heute nach werde ich endlich mal durchschlafen können so jetzt hat es nämlich auch offen dann können wir jetzt auch mal zu ihm gehen herr bürgermeister sind sie da hallo wunderschön danke jetzt muss ein bekannt davon gehen werden um eintreten zu können ich hasse bürgermeister also jetzt nicht per se aber ich habe eine frage und sie starte ich so an mit ihren augen digga die blinzeln nicht einmal digga das ist creepy as fuck bruder naja hat ja auch keine seele darf eigentlich nicht zu viel sagen mein Bart ist auch ziemlich ginger aber wie random so ich gehe einfach in ihr haus so jemand komplett fremd und sie so oh moin was machst du hier ach nee hier rein also da steht auch government na egal okay tut mir leid mein fehler digga wie siehst du denn aus hey gail ihr habt gerade seine tochter kennengelernt ist eine hübsche wie nennen wir unsere wirkstatt 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 handwerker mein king wunderschön digga danke ehrenmann bruder so dann gehen wir jetzt mal raus nein bitte nicht auch danke ich dachte kurzzeitig dass es abstürzt ja wahrscheinlich wird sie direkt oder auch nicht digga jetzt können wir endlich die brücke bauen um die zu diesen krebsmonster zu kommen die wahrscheinlich dann umbringen müssen oh guck mal sie will was von uns emily hallo die bäuerin pflanzenkasten fertigen ja das bekommen wir auch hin wenn wir das jetzt hier machen so einen pflanzenkasten wie mache ich einen pflanzenkasten jetzt ja keine ahnung digga machen wir irgendwann später wir gehen jetzt erstmal zur brücke der gegenstand ist nicht verfügbar ja muss ich ja ach guck mal hier brückenkopf kupferrohr was alter das ist ja ein heftiges grind game auf jeden fall kupferrohr das muss ich glaube ich hier machen und verbarren und dann ein kupferrohr wahrscheinlich alter scheiße digga ok lorde wenn es euch gefallen hat lasst ein like und ein abo da ich denke das war ein ganz gutes antesten von dem spiel aber ich habe jetzt gleich einen termin mit red wie stream nämlich gleich noch ein bisschen auf twitch deswegen schaut da auch mal vorbei und dann sehen wir uns bestimmt irgendwann mal wieder in dem video oder ja halt auf twitch ne ich wünsche schönen abend ne und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal wieder